hi logan na schon wieder ziemlich ich dreckige rüster rüst oh god wer ist das diesmal erst mal gemütlich machen die kissen aufschütteln ich habe einen verdacht ob da ja noch eine task ok jetzt glaube ich ist schon wieder ziemlich dreckige rüster rüstung das bedeutet aber erst mal mit dem kopf durch die wand nein ja 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 aber jo ist tot j ist tot also im grunde kaliber als einzigster keller doch läuft gerade alle nach rechts die gerade tot sind ich weiß nämlich jetzt weil ich die auch doziert habe welche rolle von den leuten ist also levos und logan sind beides liebhaber deswegen sind auch zwei gestorben also gehe ich von einem double kill aus und j ist aber ein imposter mhm 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 j ist silencer gewesen jetzt ist die frage wer hat denn war j woanders tot oder lag j dort tot und haben wir j lag da ne j lag da nur Joe lag nicht da ja ja da muss es ein ein imposter im raum gewinnen sein und ein falke oder ein wächter oder so eine andere killer die ist da unten da das ist ich habe Jay umgebracht weil ich Wächter bin ich habe gesehen wie ich weiß nicht irgendjemand hat er umgebracht ok das würde erklären warum ein imposter tot ist ja dann würde er Joe umgebracht haben dann würde er Joe umgebracht haben genau ich weiß nicht wer Liebhaber war weil Logan hat mir gesagt Levos Levos genau Logan und Levos waren Liebhaber ja 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 safe ok dann zieht Joe irgendwo anders ja jetzt ist die frage wer ist der zweite Imposter holy kombinieren kombinieren also ich bin bestatt hast Kani konnte ich ja jetzt beweisen ne ich bin Wächter sonst hätte ich Jenny umgebracht war Logans Leibwächter und hab meinen Job verfehlt Paul ja he 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 gar nicht dran gedacht ja oder war Theo auch da Nein Theo wurde gesilenced also logan du solltest die bessere leidwächter kaufen irgendwo höre ich mich gerade doppelt also weibs hat dich gekillt ich wurde von kaliber gekillt dadurch ist auch logen gestorben so und ich gehe mal davon aus dass ja du wurdest aber vorher schon so meine tasse sind durch ja jetzt im post hast du ja nur die sabotagen task ok wenn das nicht offensichtlich war ich bin leidwächter ich habe gesehen wie du umgebracht hast das kann nicht sein das kann sein ich bin prominente und merkt die hörten nicht weil ich tot bin ach so ich lebe was so was verrät man nicht ich weiß nicht ich glaube weiß ich glaube das weiß es nicht ist auf jeden fall ich sage es ich habe lieber gesehen wie er umgebracht hat ok wenn man das sagt dann glaube ich habe auch vorher geglaubt dass er keine posta mehr ist ich habe es gemacht von anfang anfang an habe ich dich erzackt wir müssen über das killrace reden das habe ich da jetzt gewonnen das habe ich wirklich ein bisschen für dich ist ich liebe mich ich liebe mich ich liebe mich ich liebe mich ich liebe dich Untertitelung des ZDF, 2020